1. Mai 2022 1. Mai 2022 Im Werderberger Richterstein endlich wieder ein Slow-Up nach eben Absagen, Corona-mässig. Luft braucht es natürlich, aber die kriegt man in verschiedenen Stationen über. Gemeinde trifft Kanton. Beatiner Regierungsrat, rechts, links, Nikoli Bunner, Gemeindepräsident von Grabs. Eigentlich Chef aber, das ist er, André Fernandes. Er ist recht zügig, der gut Stadtpräsident von Bux noch bis zum Februar nächsten Jahres. Das wird also sein letztes Slow-Up sein, eigentlich natürlich als Stadtpräsident. Aber jetzt zurück zum André. Er geht jetzt zügig zum Zielstrich und bettet die Prominenz, sich bei dem Zielband aufzustellen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Sie können auf die 10 hier her und dann wird das Band verschnitten. Und die meisten fahren wahrscheinlich nachher auch noch weiter, ob alle, das weiss ich nicht, auf jeden Fall am 10 hier, da lässt man sich da sehen. Das Slow-Up ist wirklich etwas Spezielles. Slow-Up, Leichtenstein, Werdenberg International. Die ersten schieren sich an. Das ist jetzt hier links, der Stadtrat von Bux, André, dann der Beatiner, der Nikoli Bunner. Das ist also die Early Bird Mannschaft, kurz vor dem 10. Dann bieten sich der Journalisten, der Fotograf, sich gerne an, um das Band zu halten. Sie tun sich da ein bisschen schwer, aber das Band irgendwann kommt dann der Leni, kommt jetzt wahrscheinlich den Marketingchef da, um das ein bisschen in die Tore zu bringen. Es ist immer so ein bisschen das Gleiche da. Also das ist so ein bisschen ein Déjà-vu. Ist es zwar ausgefallen, ein oder zweimal der Slow-Up, Werdenberg, Leichtenstein, aber jetzt ist eigentlich alles wieder beim Alten. Da, genau, beim Migros zu, steht eben Migros, das Tor zum Start. Ja, langsam formieren sich die Leute da. Der Slow-Up übrigens 44 Kilometer. Es ist nicht der einzige internationale. Es gibt dann nachher, es ist übrigens der erste Slow-Up, also jetzt hier im Werdenberg, das ja auch stattfindet, nach Folgen 8, 10. Und da gibt es dann auch in Schaffhausen noch, ob der vierte oder der fünfte, da könnt ihr nachschauen, wo auch ein internationales Slow-Up ist. Alle anderen spielen sich ja in der Schweiz ab. So, und jetzt kommt es dann langsam. Die Schär hat man in der Hand, aber da fehlt irgendwie noch ein Gemeindepräsident, habe ich das Gefühl. Aber ja, die können sicher noch. Was braucht es für einen Slow-Up? Es braucht eine attraktive Strecke, eine attraktive Landschaft, ja, und dann eben halt Leute, die da mitmachen. Und natürlich vielleicht eben auch eine Strecke, die nicht allzu schwierig ist. Jetzt geht es los. Countdown und das Band ist verschnitten. Und dann geht es auf die Strecke. Das ist meistens immer gleich. Die Prominenten fahren hier los und nach ein paar Meter halten sie wieder, um in eine Gespräche zu kommen. Der Slow-Up ist ja wirklich einfach auch ein gesellschaftliches Ereignis. Da geht man mal los, da kann man reden, machen, tun, sich vergnügen. Es ist ein riesiges Fest, da müssen wir ganz ehrlich sein. Ich kann mich erinnern, irgendwann in den 80er Jahren haben die fünfte Jahre Gymnasiaste von Leichtenstein den Autofrei-Sontag gegründet. Sie haben das irgendwie durchgebracht. Das war wirklich revolutionär dort. Ich bin nicht mal sicher, ob es damals überhaupt schon die Autobahn gegeben hat. Was ich aber sicher weiss, man spricht von dem Slow-Up natürlich wirklich eben von einem autofreien Sonntag auf dieser Strecke, ist aber nur beschränkte Autofreiheit. Wenn man auf anderen Strecken fährt das Auto gleich. Und manchmal ist es so, dass dann gerade bei dem Slow-Up auf den Nebeströseln fast mehr Autoverkehr ist als sonst. Und apropos das Velo, also das drückt dann auch noch, wenn man da meint, man kann gefahren, frei Velo fahren, das kann dann im Fall noch trügen. Da sind dann ein Haufen Leute unterwegs und natürlich fährt man ein wenig kreuz und quer. Gut, jetzt. Der Beat und der Niki, denen bin ich jetzt ein wenig nachgefahren. Also man fährt dann ein wenig kreuz und quer auf der Strassen rum. Also es ist manchmal gar nicht ungefährlich. Man muss sich auf jeden Fall ganz gut konzentrieren. Grundsätzlich sollte man die 44 Kilometer lange Strecke, die ich hier eingeblendet habe, die sollte man im Gegenurzeigersinn abfahren. Oder natürlich kann man auch quer durch. Da hat es dann viele Radwege. Das machen dann Haufen natürlich dann auch. Wenn es dann zu mühsam ist, da in diesem Rudel rein zu fahren, dann nennen sie dann die Querwege, gehen nach Leichtenstein durch, gehen runter auf das Seinwald, rauf ins Wartau ist und so weiter. Also es ist ja eigentlich auch eine Veloregion. Wenn man Velofahren im Werdenberg-Lichterstein will, dann hat es wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, um Velofahren zu können. Egal welchen Velos man da hat. Auf jeden Fall ist es einfach wirklich etwas Interessantes. Was ich noch vorher sagen wollte, eben, was mich erstaunt, ich bin jetzt 69 und ich muss einfach sagen, was mich sehr, sehr überrascht und erstaunt immer wieder, dass es eigentlich noch der Gerede ist von dem Autofreien, von dem Klima. Also ich stelle fest, wenn ich mit dem Auto auf die Autobahn gehe, also so lange habe ich zu Buchs vorher nie gewartet auf der Autobahn. Das heisst, jetzt am Sonntag natürlich, okay, jetzt ist es auch autofrei, aber nachher, da rollt dann natürlich die Blechlawine wieder. Und ich denke mir, manchmal hat es auch längere, mehr Auto. Also wir reden zwar von Klima, wir reden von autofrei, wir reden von E-Mobil, aber seien wir ehrlich, wenn der Alltag kommt, dann möchte man eben wieder Mobilität. Und ob das denn geratet, die Mobilität, wenn man die in die E-Motoren rein tut, dementsprechend, zum Klima etwas beizutragen, bin ich noch sehr, sehr skeptisch. Ich denke mir, es wäre vielleicht unter Umständen auch noch ein bisschen Zeit, um nachzudenken, ob man nicht wieder möchte, die Mehl mit Rad und zu Fuss und so unterwegs sind, ob man das Leben könnte so einteilen, dass es vielleicht immer noch möglich ist. Gegenverkehr gibt es natürlich auch, ist ganz klar, ist logisch. Und dann nachher, der Daniel Gut übrigens da, mit der Frau unterwegs, ihr seht, das muss ich mal schauen, nein, die haben KB, die haben keine E-Bike, also das gibt es natürlich schon auch, also Leute, die keine E-Bike haben. Übrigens, der Daniel Gut, das weiss ich, übrigens auch der Niki Lipbuner, das weiss ich auch, die sind wirklich sehr, sehr viel mit dem Velo da unterwegs. Das sind also wirklich sehr gute Vorbilder, die reden nicht nur davon, sondern das sind wirklich sehr gute Vorbilder. Ja, also dann hat man dies und jenes gesagt, man kann doch auf dem Velo eben auch reden, das ist wirklich gesellschaftlich sehr, sehr interessant, es gibt überall wieder so ein bisschen die Pöste, wo man dann herfahren kann, und insofern natürlich ist es wirklich ein Happening, ein Fest. Und dann die Abschrankungen natürlich, also das ist nicht einfach, es sind ein Haufen, ein Haufen Leute von der Feuerwehr und so weiter unterwegs, die diese Abschrankungen machen, die dann müssen schauen, welche Autos lässt man durch, die Leute müssen jetzt entweder weg, das ist ganz klar, und da kann man nicht einfach alles dicht machen. Und ihr seht, das sind jetzt zwei Feuerwehrfrauen, die da doch recht Hand anlegen, das sind also unglaublich viele Hilfskräfte da, die dann den ganzen Tag vom 10.00 Uhr bis um 5.00 Uhr da stehen. Oh, schau dir mal, das ist ja unglaublich, also das ist natürlich ein Velo, ich sage es den Namen nicht, das sei gesagt, es sei gar ein bisschen streng, aber es war mal der Schulratspräsident im Senwald, da spielt auch Theater, es passt zu ihm, das Velo, er ist eigentlich auch ein Schmied, vielleicht findet ihr es draussen, wäre noch interessant, könnt ihr auch mal recherchieren. Und da ist glaube ich irgendwie so ein Tor zusammengekommen, sie haben keine Luft gehabt, sie sind noch nicht parat, ja, also die Kantonalbank ist ja gut dran, das wissen wir, also schau dir, wie das am Boden gelegen ist, das heisst jetzt also gar nichts, sie bringen sicher das noch hoch. Es sind überall ja eben auch Werbung, also Migrobanken, dann natürlich ein Haufen andere sind da natürlich ständig allgegenwärtig, man nutzt das Low-Up natürlich auch für Werbezwecke, ihr seht da auch Nikis Möbelhalle, auch da läuft etwas, ich weiss nicht, ob das mit Nikis etwas zu tun hat, oder ob der Niki einfach den Parkplatz zur Verfügung gestellt hat, das entzüchert sich meiner Kenntnis. Um da alles zu sehen, natürlich auf dieser 44 Kilometer langen Strecke, das ist wirklich natürlich sehr, sehr schwierig, aber es ist sicher etwas, um die Region irgendwie mal wieder anders kennenzulernen und natürlich eine Empfehlung, wenn ihr mal auf die Internetseite, es gibt ja andere Slow-Up, das ist alles gratis, da kann man mitfahren, man kann auch mit ganz anderen natürlich Bewegungsmitteln mitfahren, eben Inliner oder Skateboards, eben wer das kann, der kann das natürlich gerne auch so machen. Geht doch mal auf die Homepage beim Slow-Up schauen, es gibt eben in der ganzen Schweiz natürlich noch einen Haufen andere Slow-Up, wo man natürlich auch die Gegend dort wirklich kennenlernen kann. Ich natürlich mit dem E-Bike unterwegs, ja, das ist natürlich klar, das ist kein Poster, da drückt man ein kleines bisschen und dann ist man natürlich da vorne. Jetzt kommen wir langsam zum Graf, jetzt fahren wir da, also Autoreise Graf, jetzt fahren wir da auf Ranz rein und Ranz ist immer so eine Station, wo mir immer geblieben ist, das war meine allererste Lehrstelle, da rechts in dem Schulhäuschen, Ranz ist doch ein bisschen High-Way auch natürlich, ist wirklich sehr, sehr Rückerinnerung, natürlich an eine Zeit, wo wirklich noch viel mehr Velo gefahren wurde und viel weniger Autos gefahren wurde. Das ist ein Stadtrotvuchs, ihr kennt so, den Rotenberger, und da sind wirklich ein Haufen unterwegs, weil sie einfach gerne Velo fahren wollen. Und jetzt kommen wir da auf Ranz ziehen und da sind wir so eine Station und in dieser Station gibt es wirklich wahnsinnig viele Verpflegungsmöglichkeiten, aber nicht nur Verpflegungsmöglichkeiten, werdet ihr es nachher noch sehen, es gibt auch für Jugendliche, es gibt auch Kletterperken oder man kann dementsprechend Palacierübungen machen und so weiter. Es ist auch fast ein bisschen unanständig, so wie ich jetzt da vorbeifahre. Oh, habt ihr gesehen, der, der hier gestanden ist, links, das ist der Baggerführer, der Baggerfahrer, er hat jetzt inzwischen ein Mobil, weil man nicht mehr gut laufen kann und so weiter. Den sehen wir nachher auch, er geht noch mal kaufreis mit seinem Elektromobil, eben es ist fast ein bisschen unanständig, wenn man da zu Land so vorbeifährt. Seewole Isum, habt ihr hinten gesehen, das ist die Partnergemeinde in Deutschland, darum steht das dort, Seewole Isum, und rechts natürlich eben, ja, wieder halt die Möglichkeit, sich zu verpflegen, etwas anzuschauen. Wie gesagt, die Geschäfte, Migros, das wird wahrscheinlich auch zum Teil gesponsert, von der Migros, das kostet ja auch einiges, natürlich, die ganze Umsetzung, durch die Führung, vermuten wird auch gesponsert, von der Migros, Migros allgegenwärtig. Da, die Rietgarage, also ja, ist halt meine Garage, aber die wird morgen wieder in Betrieb sein, also morgen ist ja wieder Autozeit, also da kommen wir gerade nicht drum herum, man geniesst den Tag, aber dass es nachhaltig wäre, und man nachher dann mehr aufs Auto verzichtet, wo geht es bezweifeln. Jetzt, hoch zur Einbrücke, und natürlich, gerne einen Blick auf die Autobahn, aber wie gesagt, der erste autofreie Sonntag, wo die fünfte Jahre Leichtensteiner Gymnasiaste damals in den 80ern gemacht haben, ich bin mir nicht sicher, ob es da die Autobahn schon gegeben hat, aber ich kann mich erinnern, dass da, wo die Autobahn ist, dass ich dort bei der ersten Lehrstelle in Seewollen, das war gerade 75, das war dann 72, dass ich dort da, wo die Autobahn ist, konnte ich wirklich mit den Kindern Versteckungsmacher spielen, das war noch ganz etwas anderes, da war der Schuttiplatz Buchs zum Beispiel noch, ja, dort beim Rhein draussen, und dann hatte man einen Damm, das ist völlig etwas anderes, die Ablechlawine ist aber natürlich dann zum Teil durch Dörfer durchzogen, natürlich, es hat damals schon Auto gegeben, aber wirklich einfach viel, viel weniger, ihr seht, es hatte relativ wenig Auto, also das ist am ganz anderen beachtet natürlich, und jetzt kommen wir natürlich auf die alte Holzbrücke zu, das ist glaube, also sicher auf dem Slow-Up-Abschnitt, die einzige Holzbrücke, wo es noch gibt, und da links, das ist eben so eine Attraktion für Kinder, oder so eine Seilbahn, also das ist natürlich immer sehr attraktiv, und genau an diesem Ort da, die bemüht sich auch immer extrem, da zu sehen, was die da alles machen, was sie zeigen, was sie ausstellen, und das ist die Holzbrücke, da links, da links, wo die Strände sind, da ist einmal das Zollhäuschen, da ist der Jus Laufi, ein Lehrer, ist inzwischen verstorben, hat er dort ins Häuschen gehabt, und ich bin damals mit meinem ersten VW Käfer auch mal da durchgefahren, und vielleicht ist das immer da durchgefahren, musste man schauen, wenn etwas entgegenkommt, konnte man natürlich nicht durchfahren, also musste man dementsprechend natürlich auch warten, die Holzbrücke, also sicher wäre die nach wie vor noch befahrbar, wahrscheinlich mit gewissen breiten Autos könnte es noch trügen, darf man aber nicht, man kann nur mit dem Veloc durchzufuss, aber es ist wirklich noch etwas ganz speziell so eine Holzbrücke, dass die noch über den Rhein überführt, ist wirklich einfach so ein Stückchen Erinnerung an früher, und jetzt natürlich sind wir auf Lichtensteiner Boden, und jetzt sind wir in Lichtenstein, das Lauab wirklich sehr, sehr schöne Wege, auch in Lichtenstein, also vorbildlich wie die, die hier den Binnendamm machen, das ist aber natürlich das Lauab hier oder her, auch natürlich zur ganz normalen Zeit ohne Lauab immer wieder interessant, wir haben da noch ein bisschen einen anderen Weg genommen, sind denn da jetzt richtig Schloss unterwegs so, und können dann langsam ja zum Kreisel, und das kennt ihr ja, das ist jetzt der Kreisel, wo es dann nachher rechts, ihr seht, die gelbe Post, auch der typisch Lichtenstein, oder, wo es rechts auf die Riesen rauf geht, und wir fahren jetzt links da zum Regierungsgebäude und zum Landtagsgebäude her, natürlich immer auch sehr attraktiv, Lichtenstein, das Städtli, das ist ja früher befahren gewesen, das hat man völlig anders gestaltet, da fährt man nicht mehr durch, da haben sich ein paar Geschäftsleute, auch Kaffee, Beizen natürlich beklagt, dass man noch nicht mehr durchfahren kann, hat auch ein kleines bisschen Publikum weggebracht, oder auch die Gär vom Ausland her, sind früher durchgefahren, natürlich, haben dort ziemlich in der Nähe parkiert und haben natürlich auch konsumiert, und das ist zum Teil natürlich ein bisschen weggefallen, das war damals eine riesige Diskussion. Das Landtagsgebäude ist ein sehr attraktives Gebäude, da habe ich meine Karriere als Journalist noch nicht erlebt, das war schon ein anderes war, und da wirklich sehr, sehr viel, muss man da sehen. Übrigens hat es da auch wahnsinnig viele Schweizer kam, das ist wirklich freundnachbarschaftlich, da kann man nicht anders sagen, das Regierungsgebäude, das ist wirklich freundnachbarschaftlich, also da hat es 20 viele Werderberger, die jetzt da sind und sich eben natürlich da auch sich gut gehen lassen, weil es ist wirklich sehr attraktiv, was da in Vaduz auf dem Platz aufgestellt worden ist. Man kann da balancieren, man kann alles Mögliche machen, Einrad fahren, und ja, also wie gesagt, wer das kann, Pah, Hut ab, aber jetzt ein paar, wo es dann wirklich auch Downhill fahren, also ganz gut, der kommt über die Schufe, ist jetzt einfach natürlich, das ist ja typisch die Kamera, das ist immer noch schwierig mit dem Hochrad, aber hat es dann natürlich geschafft, und da, das ist doch sehr, sehr schwierig, also bei mir fängt es immer an zu zittern, und so weiter, hat dann ihr gesagt, wenn es dann anfängt zu zittern, sehen Sie, können Sie sich bei mir erheben, und gemeinsam geht das natürlich dann da drüber, also das finde ich jetzt eigentlich noch, ja, ist schön, wenn man es gemeinsam so machen kann, auf jeden Fall, es ist wirklich auch, man kommt mit Leuten ins Gespräch, sehen Sie, die Burstina dran, ist jetzt voll drauf gewesen, und natürlich, das Eierabfahren, die fahren da rum, wenn es nichts wäre, oh, schau mal das an, unglaublich, ja, gut, also auf jeden Fall gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, da zum Verduen, Hüben und Rüben, desto, eins am Balancierekt, auch, also, wirklich super, super, was da sich alles abspielt, ja, und dann ist der Dali gut angekommen, also, er hat das, ja, der Slow-Up schon gemacht, und hat auch eine Freude, also, das gibt es ja immer die freundnachbarschaftlichen Beziehungen, die gehen natürlich eben von Buchsen auf Lichtenstein durch, also, haben Sie ja sicher bei den Bruggeneinweihungen erlebt, oder, wie man sich da auf den Bruggen trifft, und wir mögen ein freundnachbarschaftliches Verhältnis zwischen den Bürgermeistern, und zwischen den Gemeindepräsidenten, das ist wirklich sehr speziell, das ist jetzt, das ist eine Durchfahrtsstrasse, da sind die Leute einmal im Café rausgehockt, und die Autos, die sind da durchgefahren, in einem ganz gemächlichen Tempo, das ist damals echt geschätzt worden, wenn die Autos durchgefahren sind, da hat man nicht irgendwie jetzt irgendwas Belästigung aufgefasst, sondern man hat einander gesehen, die einen hat in die Autos gewunken und umgekehrt, also, ja, es ist wirklich ganz speziell, was sich da alles so ein bisschen verändert hat. Slow-Up übrigens auch eine Möglichkeit, um vielleicht mal ein bisschen zurückzublicken, um sich einfach ein bisschen Gedanken zu machen, ja, wäre das eigentlich auch etwas, das mich mehr aufs Seele auf der Gangti, also, es sind ja immer auch die Radwegverbindungen ins Dicht, die Steine-Bus-Verbindungen, öffentliche Verkehr, das ist ja ständig politische Diskussion, und das wäre sicher mal noch interessant, also, dass man sich da Gedanken macht, ja, müsste man nicht mehr einfach irgendwie ein bisschen wegkommen von dem ganzen motorisierten Verkehr, weil ich glaube einfach nicht, dass die Gratwanderung, Klimaschutz und Eindämmen von Energie und gleich die gleiche Mobilität nutzen, dass das am Schluss hält, glaube ich persönlich nicht. Wobei Mobilität richtig nutzt, natürlich eindeutig auch Vorträge, gerade zum Beispiel in dem Fall, wenn jemand nicht laufen kann, hat es da natürlich wirklich Vehikel, das ist früher natürlich einfach auch so nicht möglich, das ist natürlich absolut toll. Da habe ich es wirklich super gefunden, auch wie er einfach den Mut hat, den Lebensmut und immer auf Weg geht. Ich kenne von früher einen Baggerfahrer, er hatte dort schon ein steives Bike und hatte aber einen super Job abgeliefert als Baggerfahrer. Und natürlich, das zeichnet ihn aus, er gibt einfach Knie auf und hat mir erklärt, wenn er da mit dem Vehikel raufgefährt und dann geht es ein bisschen langsamer, aber abwärts sechs ihn rekuperieren und dann hat er mir gesagt, wie weit das er da kommt und ist dann auch zögig ab. Mir ist dann bei der Kamera langsam ein bisschen die Batterie ausgegangen, das war sehr schade, weil die Strecke ist 44 Kilometer und natürlich unten im Senwald natürlich auch Superstationen. Ihr seht also, natürlich, wenn einer dann, ich nehme mir noch, das ist fast 80, oder wenn einer so noch fahren kann, so kann mobil sein, ist natürlich absolut toll. Und dann hat das Fahrzeug im Griff, da können wir ihn drauf verlassen, wenn es ein bisschen wild aussehen, er war ein absoluter Top-Backer-Fahrer und er hat natürlich die Technik absolut super im Riff. Also wirklich toll, wenn man so etwas kann erleben. Da ist die Mobilität natürlich dann etwas, das wirklich sehr, sehr gut ist, viel, viel besser als früher die Möglichkeit. Also, wenn ich vorhin gesagt habe, man sollte vielleicht ein bisschen überlegen, wie man die Mobilität nutzt, also das ist jetzt sicher etwas, das sicher ein riesiger Vorteil ist. Aber sonst denke ich mir, bei einem Slow-Up könnte man sich vielleicht eben schon gleich einmal überlegen, wann braucht Mobilität und wann braucht man diese Mobilität eben nicht. Ich bin mir einfach nicht sicher, ob man wirklich nachhaltig denkt. Wie gesagt, der Slow-Up, ein super organisiertes Fest in der ganzen Region auf 44 Kilometern, unglaublich viel Angebot, Hüben und Trüben. Da kommt ein Zeug entgegen, da ist es noch leer gewesen, weil die Gäste können natürlich erst, es ist jetzt am Morgen etwa um halb elf Uhr, um elf Uhr zu sein und durch einen Haufen Gäste können sie zuerst, die waren durch, bis es ein bisschen schönes Wetter ist. Und wir sind langsam die Batterie ausgegangen. Es tut mir ein kleines bisschen alle leid, dass sie natürlich das unten dran richtig sehen, weil halt all die Anstrengungen, die es dort unten natürlich auch gezeigt haben, wie sie sich einsetzen, wie sie sich präsentieren, nichts mehr zeigen kann. Hier sehen wir zum Beispiel keine Slow-Up-Strecke, wir sehen, hier hat es fast keine Velo, aber diese Strassen, die sind eigentlich natürlich am ganz normalen Alltag ohne Slow-Up immer wirklich super gut nutzbar und während dem Slow-Up sind das die Strassen, wo man vielleicht etwas besser für eine Sekunde hat, als eben auf der Slow-Up-Strecke, die dann vielleicht manchmal wirklich sehr, sehr voll ist. Jetzt kennt ihr, die Energiebrücke, hat mich auch 20 Jahre lang gewartet, bis man diese Brücke gemacht hat, um den Dampf von der KVA auf Lichterstein durchzubringen, wo man sie auch wirklich gut, super gut kann brauchen, bei den Hilkonen und so weiter und ihr wisst, die Fernwärme, die man nutzt, eben manchmal braucht es bei der Technik auch sehr viel, bis man das umsetzen kann. Vor 20 Jahren hätte man natürlich nie eine Vermögelung gehabt, dass so etwas mal könnte passieren, dass man so eine Brücke baut, vor allem zum Dampfleitig dort durchzubringen und vielleicht, wer weiss, kommt aus den Slow-Up raus auch einmal noch aus der Idee von der Mobilität im Hinblick auf die Zukunft, im Hinblick auf Klimaschutz, weil Klimaschutz, glaube ich, das schlägt keinen Geiss weg, das ist etwas, was nicht einfach nur ein Wort ist, wo man sagen kann, nein, das braucht es nicht. So, wir sind über dem Rhein wieder zurück zu Grabs, leider, die Batterie hat dann den Geiss aufgegeben und ich habe dann keine Zeit mehr gefunden, um das aufzuladen, aber auf jeden Fall, muss ich einfach sagen, auf der ganzen Strecke eine super Performance, bis sich Ferdinberg-Richterstattes gemeinsam in die Slow-Up-Region präsentiert und bis sich die Gegend generell präsentiert. Wie gesagt, wir sind der erste Slow-Up in der Schweiz und wir sind natürlich der längste internationale Slow-Up, der von Schafhausen, der ist unter 40 Kilometer, also, das ist auch noch eine Frage von der Superlative, wir dürfen stolz sein auf unsere Landschaften, wir dürfen stolz sein, auf die Organisatorinnen, auf die Organisatoren, die wirklich mit dem Slow-Up wirklich diesen Leuten unglaublich einen schönen Sonntag beschert haben. Ja, wir dürfen hoffen auf künftige Slow-Ups und vielleicht auch auf den Umdenken. Das wäre dann super, wenn aus so einer super Idee auch noch eine nachhaltige Idee wäre.